Willkommen zu der Aufgabensammlung des Arbeitsbuch Statistik. Dieses Mal mit einer Aufgabe zu Streuungsmaßen. Schauen wir uns hierzu einmal die Aufgabenstellung an. Der folgende Datensatz beschreibt das Alter der Studenten eines Kurses. Dann haben wir hier insgesamt zwölf Beobachtungen. Aufgabenteil A. Bestimmen Sie die Spannweite. B. Bestimmen Sie den Interquartilabstand. C. Bestimmen Sie die korrigierte Varianz. Und D. Bestimmen Sie die korrigierte Standardabweichung. Bevor wir uns jetzt durch diese vier Teile durcharbeiten, nehmen wir erstmal den Datensatz her und ordnen den ab. Das heißt, wie gesagt, wir übernehmen den Datensatz. Und dann wird der Aufstand angeordnet, weil das im weitere dann gerade Aufgabenteil A und B doch wesentlich vereinfachen wird. Das heißt, wir wählen die kleinsten Werte aus. Das sind hier dreimal die 20, die wir übernehmen. Dann einmal die 21, dann kommt zweimal die 23, die 25, einmal die 27, zweimal die 28, einmal die 29 und einmal die 30. Damit haben wir jetzt einen aufsteigenden Datensatz. Mit dem arbeiten wir weiter. Damit können wir nämlich direkt die Spannweite bestimmen. Die Spannweite, dafür brauchen wir Maximum und Minimum, also kleinsten und größten Wert. Und die Spannweite ist gerade die Differenz zwischen den beiden. Also Maximum, Minus, Minimum. Oder hier, größter, kleinster, 30, minus 20. Also haben wir hier eine Spannweite von 10. Und das wäre es auch schon mit dem ersten Teil. Für den zweiten Teil, schieben wir mal kurz den Datensatz nach oben, rechnen wir hier den Interquartilabstand aus, also den Abstand zwischen erstem und drittem Quartil. Das heißt, wir müssen diese beiden berechnen. Das ist einmal das 75%-Quartil. Also, wir nehmen hier den Eintrag 0,75 mal die Anzahl Beobachtung, also mal 12. Und den Wert, den wir da rauskriegen, den runden wir nach oben auf. Selbe für das erste Quartil, da haben wir 0,25 mal 12. Wenn wir das machen, kommen wir hier auf die Werte 9 und 3. Das heißt, wir suchen jetzt den Wert an der 9. und an der 3. Stelle raus. Und das sind hier einmal der Wert 28 und einmal der Wert 20. Das heißt, wir haben hier einen Interquartilabstand von 8. Das heißt, die Spannweite beschreibt das gesamte Datenset. Der Interquartilabstand, der beschreibt die mittleren 50%. Soweit dazu. Und dann können wir uns dem dritten Teil zuwenden. Im dritten Teil arbeiten wir weiterhin mit unserem Datensatz und rechnen hier die korrigierte Varianz aus. Dafür brauchen wir zunächst aber das arithmetische Mittel. Dafür addieren wir alles auf, teilen das durch die Anzahl der Beobachtungen und kriegen hier ein arithmetisches Mittel von 24,5. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, um auf die Varianz zu kommen. Das, was wir hier nutzen, ist der Verschiebungssatz. Das heißt, wir können hier hingehen, einmal alle Werte quadrieren und aufaddieren und dann teilen wir sie durch die Anzahl der Beobachtungen, also n, minus 1. Hier haben wir 12 Beobachtungen, also geteilt durch 11. Das ist der erste Term. Der zweite Term ist dann n durch n, minus 1, also hier 12 durch 11, mal das arithmetische Mittel hoch 2, also die 24,5, die wir gerade berechnet haben, hoch 2. Wenn wir jetzt den ersten Teil zusammenfassen, kriegen wir hier die Zwischenschritte und das zusammen, gibt letzten Endes eine korrigierte Varianz von 14,4545. Damit haben wir den Teil C schon fertig. Das Ergebnis können wir jetzt übernehmen hierfür. Und dann können wir die korrigierte Standardabweichung relativ einfach berechnen, weil die Standardabweichung nichts anderes ist als die Wurzel der Varianz. Das heißt, wir ziehen einfach aus unserer Stichproben Varianz die Wurzel, kriegen dann hier als Ergebnis einen Wert von 3,8019. Und das ist unsere korrigierte Standardabweichung oder unsere Stichproben-Standardabweichung. Ja, und das beendet dann auch schon sowohl Teil D als auch die gesamte Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Weitere Aufgaben in dem Stil finden Sie über die entsprechend zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.